Hallo und Herzlich Willkommen zu Rockleid bei einer weiteren Folge Huch! bei einer weiteren Folge Clash of Clans Und ihr seht, ich bin schon randvoll bewaffnet mit Buggles und ja, ähm, wie heißt das? Nein, ähm, mit Boogies und ja, sag ich mal normalen Menschen mit Füchtern, sag ich mal meine Eltern haben mich ein und als erstes Kampf finden Der Schild ist aktiv, heul doch echt, Leute, heul, ey, heul doch, Mann ich bin in der Masse gut ja, der ist gut, oh yeah So, jetzt gucken wir mal ich stehe jetzt ich stehe jetzt ich stehe jetzt gerade schon da an Ok, Leute, jetzt können wir gucken Ich stehe mal ein bisschen Rauch, dass wir mehr sehen können da kommen jetzt dann jetzt habe ich die Verteidigung, ja Verteidigung ist Platz, Platz ich mache 100 Prozent, läuft ich mache 100 Prozent, läuft ich mache immer schreit, ohhhh jetzt sind wir gerade der Schatz für die Werteidigung ich habe einen kleinen Zuschauer unter 18 also naja so sind wir mal unter 4 ne, egal da da fantastisch ist das da stimmt dem Stern doch zu, das ist fantastisch Rums 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 Läuft wie 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 ich denke Läuft 9000 Geld sag ich mal ja und 10.000 Elixir echt? 10.000 Wanna ja 10.000, glaub ich, oder? ich glaub ich glaub 10.000 ich weiß das kann nicht ich denk nach Hause oh oh Alter mein Elixirlager ist voll ok ja ich hab 10.000 gekriegt auf jeden Fall natürlich läuft bei mir mit dem Elixir Lager vergrößern ja voll 6.000 18.000 Manna Splash 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 jetzt hat Boah 40 Dias kostet das 332 Diamonds das ist doch schlecht das das ist doch das ist nicht schön das ist ja schlecht hm oh Gott ja gut damit wir endlich noch kein kleiner zu erwarten ja wie lang geht das ich könnte es nicht warte zwei drei Stunden ja dann hat sich viel Spaß beim warten ich konnte drei Stunden warten nein aber ja dann mach ich jetzt schon abends hinterher denke ich krieg das heute nicht mehr fertig aber ich guck mal ich werde noch ich werde noch ein bisschen aufbleiben zwei drei Stunden denke ich ja 1 2 3 Stunden wird nur aufbleiben kann sein kann nicht sein kann nicht sein Kuhl die die jetzt wollen wir uns gleich mal angucken was der Eichendingsbums ist auch Eichendingsbums und der muss gut gewinnen oh ja oh ja greift da uns hier überhaupt nix die 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 vor n n n n ja ein Verbruch nun hat er geblützt ja er hat geblützt wird die läuft er hat geblitzt die Seite noch geblitzt, das war unnötig das war echt unnötig, dass er noch geblitzt hat naja egal wenn man so einen Spaß gemacht hat, hat man schon mal geblitzt, glaube ich das ist ja nicht unser Problem wir sind ja full of out und Full of Out Schilder Bist du? Richtig, ähm mein Freund, ich glaub den kennt der mal schon der Clemen der Clemen Full of Out Schilder ich weiß nicht ob das coolste Spiel, ich werd mir auch holen, ein Playster wird kostenlos und ich denke ich werd davon ein Buch, was mir geblitzt passiert hallo und der Heck okay, lol was jetzt passiert lol hat sich das Bild grad auf what the heck okay jetzt kann ich weiter spielen alter das Bild war grad einfach what the heck okay das ist Crazy Hand ja das wird jetzt halt heute nur kurzere Folge wir haben hier nicht so viel Plan und ich denke ich weiß nur mal, wenn ich nur uns dann gefordert hab und ich hab mich hier so anfordern Truppen anfordert, da dann ja ich brauch Verstärkung wenn man faul ist wenn man viel bekommt und von seinen Plänen truppen und faul ist und einfach faul sein, weil man selbst nicht ausbilden will muss man nicht einfach nur ein paar Bahnen ausbilden und äh wenn man halt viel in der kleinen Burg hat dann braucht man eigentlich gar keine Sachen ausbilden und jetzt sozusagen schon welche hat Leute das ist ja das Crazy Hand in der Sache mal ein bisschen reden hier reden ist doch gesund, oder? das ist ja nicht doch findet da hab ich recht natürlich ja Leute ich finde immer dass man die Folgen etwa 10 Minuten lang sind ja ich weiß, ich hab schon wieder Geld, aber ja ich hoffe einfach, dass ich meine ja wohl egal das war's komisch das war ich meine voll also, was ich grad gesehen hab, das war komisch äh ja, egal äh ich hoffe, meine vollen Haft gefallen euch natürlich schreibt mir doch in die comments ich bin natürlich immer froh schreibt mir doch in die Kommentare bitte, bitte, bitte ich bitte und so okay, naja noch bestimmt stimmt mani, bitte schreibt mir doch mal in die Kommentare bitte, bitte tut es und so ja also schreibt mir bitte einfach in die Kommentare wir springen glücklich drüber und ja wir sind einfach glücklich darüber so, das war eine weitere rückende Folge und schreibt was in die Kommentare auch einen Daumen hoch oder Abo, okay, und tschüss tschüss und Vielen Dank.